Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um die Frage, für wen ist die AfD die richtige Wahl. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals sehr freuen. Um kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Die Alternative für Deutschland ist eine demokratisch in die Parlamente gewählte Partei. Sie wird aber nicht so behandelt von den anderen Parteien und den Medien. Durch die Art und Weise, wie mit der AfD verfahren wird, wird der Wählerwille bei demokratischen Wahlen von den anderen Parteien missachtet. In meinem Video Das AfD-Paradoxon mache ich auf diesen Missstand aufmerksam. Das Video findest du oben unter dem i. Dies ist das erste Video, in dem ich verdeutlichen will, dass die AfD eine Partei für alle ist und werde es auch begründen. Manche Personen können sich als potenzielle AfD-Wähler auch in mehreren Kategorien wiederfinden. Da das Thema sehr umfangreich ist, wird die Frage in zwei Videos insgesamt behandelt, also auch nächste Woche in dem Video fortgesetzt. Mündige Bürger wählen die AfD Wenn man alle Wahlprogramme vergleicht, so sieht man, dass alle Parteien außer die CDU für Volksabstimmungen auf Bundesebene stehen. Die AfD ist aber die einzige Partei, die dieses bereit ist, auch in den Parlamenten zur Sprache zu bringen und zur Umsetzung zu bringen. Leider stimmen alle anderen Parteien sogar gegen ihre eigenen Wahlprogramme und somit gegen ihre eigenen Wahlversprechen, nur um gegen die AfD zu stimmen. Bei einer Abstimmung zu dem Thema steht die AfD als einzige Partei auf der Seite des mündigen Bürgers und setzt sich für den Wähler ein. Mit einer starken AfD in Regierungsverantwortung wird der Bürger gefragt und an politischen Entscheidungen beteiligt. Ein Video zum Thema direkte Demokratie findest du oben unter dem i. Demokraten wählen die AfD Neben den Angaben für mündige Bürger steht die AfD für die demokratische Gewaltenteilung für unabhängige Justiz und gewichtet das Interesse des Bürgers, des Souveräns, höher als der ideologischen und mittlerweile wenig themenorientierten Entscheidungen von Parlamentariern. Die AfD gibt als einzige Partei die Macht an den Souverän zurück und will die Parlamente verkleinern und entmachten. Bauern, Jäger, Fischer, Klima, Umwelt und Tierschützer wählen die AfD. Dass die Grüne Partei sich von Umweltschutz verabschiedet hat, habe ich in meinem letzten Video bereits verdeutlicht. Das Video findest du oben unter dem i. Man kann nicht das Klima retten oder schützen, wenn man dafür die Umwelt massiv beschädigt. Die AfD stellt sich gegen die Rodung von Wald, Wiesen und Ackerflächen, nur um Windkraftanlagen aufzubauen. Die AfD stellt sich gegen die Vernichtung des Lebensraums von Tieren, Vögeln und Insekten und stehen für den Erhalt einer natürlichen Artenvielfalt. Die AfD steht für Tierschutz und einem wohldurchdachten Wildtiermanagement, sowie für eine für die Natur und Umwelt verträglichen Jagd- und Fischereiförderung. Die AfD steht für den Erhalt und die Förderung des ländlichen Raums und den Anbau regionaler Lebensmittel. Die AfD steht für einen Klimaschutz, welcher unserer Umwelt nicht schadet. Ein Video zum Thema Klima und Umwelt findest du oben unter dem i. Verbraucher und Verbraucherschützer wählen die AfD. Der Verbraucherschutz wird gestärkt. Der geplanten Obsoleszenz wird ein Riegel vorgeschoben und Kennzeichnungen von Lebensmitteln werden transparenter. Der Mugeleien mit Verpackungen und dem damit verbundenen Verkauf von teurer Luft wird ein Ende gesetzt. Ein Video zum Thema Kennzeichnungen ist in der Videobeschreibung. Eltern und Großeltern wählen die AfD. Die AfD ist die einzige Partei, die sich für die Förderung und Entlastung der Familie einsetzt. Das Ehegattensplitting soll durch ein Familiensplitting ersetzt werden. Nur mit der AfD stellen Kinder kein Armutsrisiko mehr dar. Es wird eine Willkommenskultur für Neugeborene etabliert werden. In Schulen sollen Kinder nicht mehr indoktriniert, sondern unterrichtet werden. Das Bildungssystem wird weniger Schuld und mehr positive Vorkommnisse der deutschen Kultur fördern. Eine Frühsexualisierung in Schulen und Kindergärten wird es nicht geben. An dessen Stelle tritt ein altersgerechter Sexualkundeunterricht, der die Eltern in Sachen Aufklärung mit einbezieht. Kinder sind Grundrechtsinhaber. Gesonderte Rechte für Kinder sind damit eine Entmündigung der Eltern und stellt die Rechte der Eltern in Fragen der Kindeserziehung infrage. So etwas wird es mit der AfD nicht geben. Patrioten wählen die AfD. Vaterlandsliebe ist in jedem Land auf der Welt eine Normalität. Nur in Deutschland wird die Vaterlandsliebe stiefmütterlich behandelt. Mit der AfD bekommen die Vaterlandsliebe und der Patriotismus wieder einem hinzustehenden Stellenwert. Der Wert der deutschen Kultur, der deutschen Fahne, unserer Sitten und Gebräuche, der Errungenschaften, der Geschichte und Leistungen in Deutschland werden mit der AfD gewürdigt. In Schulen wird auf eine positive Darstellung der Deutschen an sich mehr Wert gelegt. Zudem wird dem Erhalt und der Pflege unserer Sprache eine größere Bedeutung beigemessen. Schließlich ist Deutschland das Land der Dichter und Denker. Bürger, die den Rundfunkbeitrag ablehnen, wählen die AfD. Mit der AfD wird der Rundfunkstaatsvertrag aufgekündigt und die Pflichtabgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abgeschafft. Der Apparat des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird reformiert, verkleinert und auf das Notwendigste beschränkt. Es wird auf einen Grundfunk umgestellt. Die hochhändigen Gehälter und Pensionen an Intendanten wird es nicht mehr geben. Die Finanzierung durch die Pflichtabgaben wird ersetzt durch freiwillige Abgaben derer, die das Angebot zu nutzen wünschen. Ein Video zum Thema Rundfunk findest du in der Videobeschreibung. Frauen wählen die AfD. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Durch Quotenregelungen und paritätischen Gesetzgebungen werden Frauen diskriminiert und als minderwertig dargestellt. Mit der AfD bekommt jede Frau die Möglichkeit, entsprechend ihrer Qualifikationen alles zu erreichen, ohne dafür auf diskriminierende Maßnahmen und Gesetzgebungen zurückzugreifen. Zudem wird mit der AfD die Sicherheit auf deutschen Straßen wiederhergestellt, sodass jede Frau ohne Angst vor Übergriffen unterwegs sein kann, zu jeder Zeit. Ein Video zum Thema Quoten findest du oben unter dem i. Lehrer wählen die AfD. Nur durch die AfD wird eine Überforderung der Lehrkräfte durch unüberlegte und ausufernde Inklusion verhindert. Zudem wird sich der Lehrplan ändern, um die von Eltern und Lehrkräfte abgelehnte Frühsexualisierung abzuwenden. Ein Video zu Schule und Bildung ist in der Videobeschreibung. Autofahrer wählen die AfD. Unnötige Geschwindigkeitsbegrenzungen, zum Beispiel auf Autobahnen, wird es mit der AfD nicht geben. Bei der AfD gilt, freie Fahrt für freie Bürger. Zudem wird der CO2-Bepreisung entgegengewirkt, um den Kraftstoff für Verbrennungsmotoren bezahlbar zu lassen. Weitere Steuern auf Benzin werden abgebaut. Die Wahl des Verkehrsmittels obliegt jedem Bürger selber. Davon ist der Diesel nicht ausgenommen. Das war das erste Video mit der Frage, für wen ist die AfD die richtige Wahl. Die AfD ist die einzige Partei, die mit einem gesunden Menschenverstand noch wählbar ist. Nächste Woche geht es mit Teil 2 weiter. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.